Ich wollte schon Journalistin werden, als ich das Wort noch nicht mal richtig schreiben konnte. Ich hatte nämlich das Unvergessen. Das stand in meinem Posi-Album unter Berufswunsch. Journalistin. Also meine jesidische Identität war sehr lange Privatangelegenheit. Und das hatte auch was damit zu tun, dass die Jesiden verfolgt werden, seitdem es sie gibt. Ja, wir kommen aus der Türkei, aber da gibt es nicht nur Muslime, es gibt auch Christen, es gibt auch Jesiden. Und das ist eines der ältesten Religionsgemeinschaften des mittleren und vorderen Orients und geht bis 4000 Jahre vor Christus zurück. Und wir glauben auch an Gott. Und bei uns gibt es auch Engel, aber wir sind keine Schriftbesitzer. Das heißt, wir haben keinen Koran oder keine Bibel. Und das war mit ein wichtiger Grund, warum wir immer wieder auch von Hardlinern angegriffen worden sind, die uns dann konvertieren wollten. Und ich glaube, die zentrale Frage im Leben von uns Menschen sollte immer sein, lebe ich oder werde ich gelebt? Und ich wurde nachts wach und wusste plötzlich, ich muss jetzt gehen. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gekündigt. Und der war geschockt, weil er nicht damit gerechnet hat. Und ich musste an Kafka denken, der gesagt hat, weg von hier, das ist mein Ziel. Weil er gefragt hat, weißt du schon, was du machst? Und ich wusste es nicht. Ich hatte keinen Plan B. Und das war 2013. Und 2014, als der Völkermord an den Jesiden durch den IS begangen wurde, war für mich die Antwort darauf, warum ich damals gekündigt hatte. Ohne, dass ich es erklären konnte. Der Vater von den drei kleinen Kindern, der ist auch gerade im Kampf gegen die ISIS. Ob er das überlebt, weiß keiner. Das war mein life-changing Moment. Weil es das erste Mal so war, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die schwerer und wichtiger und emotionaler war als meine Angst. Und das ist das, was ich mir immer wieder selber auch bewusst mache. Es wäre ja auch was in mir gestorben, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich bin dort hingefahren als Journalistin und bin über Nacht zur Kriegsberichterstatterin geworden und als Menschenrechtsaktivistin zurückgekommen. Und der Leitgedanke, der all unsere Initiativen trägt, ob das Hava Help ist oder auch German Dream, hat was damit zu tun, dass wir den Angstmachern was entgegensetzen wollen. Und ich sage deswegen, dass wir unsere Demokratie wieder verteidigen müssen, weil sie aktuell auch wieder sehr bedroht ist. Und zwar von denselben Akteuren wie die, von denen ich euch gerade erzählt habe aus dem Irak. Die Bildungsinitiative schickt sogenannte WertebotschafterInnen, Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, in die Schulen. Dieser German Dream, den ich die ganze Zeit im Kopf hatte, der gilt nicht nur für die Neuangekommenen. Da geht es nicht nur um Migranten oder Flüchtlingskinder, sondern es geht um uns alle. Weil die Fragen, die euch umtreiben, sind oft sehr, sehr ähnlich. Und zwar unabhängig davon, woher man kommt. Es geht um Rassismus, es geht um Antisemitismus, es geht um Chancengleichheit, es geht um Klassismus, es geht um Cancel Culture, es geht um Sprache im Wandel. Und es geht uns darum, unser wunderbares Grundgesetz lebendig zu machen, die Werte erzählbar zu machen, auch die streitbaren Aspekte daran und zu zeigen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, in Frieden, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu leben. Der German Dream ist meine ganz persönliche Antwort auf Deutschland als ein Land der Chancen. Und dass es darum geht, dass wir selber wirklich tatsächlich auch diese Veränderungen sind, die wir uns oft wünschen, das ist schon auch ein kleines Mantra und Lebensmotto. Botschafterin für Demokratie und Toleranz 2020-21, Dysenne Tekal.